Es war 1573, 1680, als Maria etwas in ihr Testament schrieb. Eine Schule wollen wir bauen hier in Jever, mit nem Rektor, Lehrern und nem Prediger. Früher holten sich die Kinder mit Stand, ihre Bildung halt anderswo, weit entfernt im Nachbarland. Doch Maria sagt local support, man geht nicht mehr fort, lasst die Schule im Dorf. 1680, war kulturhistorisch drastisch. Das Gymnasium gründete nen Chor, Seite bringt das MG die Voices hervor. Und alle Junge, deren Eltern nur genug Geld haben, schauen hier die Welt an, wollen nur ihr Abi haben. 1780er, doch fortan Innovation. 22, Faust im Curriculum. Mit dir Grandios! Oberstufen Pausenhof. Mit dir Grandios! Vokabeltester hoffnungslos. Mit dir Grandios! Wir gossipen im Kellerklo. Mit dir Grandios! Immer schon, immer schon. Mit dir Grandios! Oberstufen Pausenhof. Mit dir Grandios! Vokabeltester hoffnungslos. Mit dir Grandios! Wir gossipen im Kellerklo. Mit dir Grandios! 1915, traurige Geschichte. Am MG wird die erste Frau unterrichtet. Sophie Prag, Jüdin, stellte sich dem Hohn. Als die Kinderärztin 33 nach Peru floh, war je von National Synagogen in Flammen. Fritz Levy in Sachsenhausen, Kirchtürme, Rauchbehagen, kurz gemähte Rasen, grellende Raben. Es kommt wie es kommt, das Gymnasium am Schloss graben. Neue Zeit, Recht und wir sind fertig. Doch die MG-Tallare Muffen 68. Wir wollen Aufklärung, Progressivität. Pausenhof, Raucheraum, Universität. Mit dir Grandios! Oberstufen Pausenhof. Mit dir Grandios! Vokabeltester hoffnungslos. Mit dir Grandios! Oberstufen Pausenhof. Mit dir Grandios! Wir gossipen im Kellerklo. Mit dir Grandios! Oberstufen Pausenhof. Mit dir Grandios! Vokabeltester hoffnungslos. Mit dir Grandios! Wir gossipen im Kellerklo. Mit dir Grandios! Was ist los in Jefa in der Gegenwart? Tausend SchülerInnen müssen jeden Tag zur Schule fahren. Bus fahren, TikTok, Meepages, Hip-Hop. Leute mit Connections gehen im Zielgebäude Flasche fahren. Und tausend teure SBs blockieren den TV-Jassenweg. Trotzdem kommen die gleichen Typen immer wieder viel zu spät. Also ganz normal und Wahnsinn. Doch schauen wir was kommt. Die nächsten 450 Jahre. Die nächsten 450 Jahre. Mit dir Grandios! Mit dir Grandios! Oben, oft Oberstufen Pausenhof. Mit dir Grandios! Mit dort Mit dir Grandios! Oben, oft Gassenhof comp брос Once Mit dir Grandios! Mit сотруд četco Mit dir Grandios! Mit dir Grandios Mit dir Grandios Mit dir Grandios Danke